Guten Morgen aus Marrakesch. Heute startet etwas ganz Besonderes, nämlich eine zweitägige Tour, auf die ich mich schon tierisch freue. Es geht über ein paar Wüstenstädte und Sehenswürdigkeiten direkt in die Sahara, inklusive einem Kameleritt und einer Übernachtung in der Wüste. Und da will ich euch wieder mitnehmen, weil ich glaube, dass das wirklich ziemlich cool wird. Und wie könnte man so einen Tag besser starten als mit einem marokkanischen Minztee, die ich, obwohl ich in Deutschland überhaupt gar keinen Minztee mag, hier total gerne trinke. Das könnte wohl daran liegen, dass da so viel Zucker drin ist. Vielleicht ist das der Tipp oder das Geheimnis darum. Damit starten wir jetzt in den Tag und dann werden wir gleich abgeholt und ihr kommt dann einfach wieder mit. Wir machen gerade den allerersten Stopp auf unserer Tour. Ich habe euch im Auto noch gar nicht gezeigt, wie es so aussieht und wo wir langfahren, weil wir direkt so viel mit dem Guide gequatscht haben. Der ist nämlich wirklich nett und haben über alles Mögliche geredet. Über Religion und über Marrakesch und über das Land und Mieten und über was man halt so redet. Hier gibt es genau die gleichen Probleme wie bei uns am Ende nämlich auch. Und das ist jetzt einmal die erste Verschnaufpause. Zwischendurch schon mal mit dem ersten schönen Blick über die Berge, die tatsächlich viel grüner sind, als ich dachte, zugegeben. Und von hier aus geht es weiter. Ein paar Stops erwarten uns noch und ich versuche jetzt auch gleich mal ein bisschen für euch die Fahrt zu filmen, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie sich die Ländschaft verändert. Ich bin jetzt beim letzten Stopp, bevor es dann auf die Kamele in die Wüste geht. Einer Stadt, in der man extrem viele Filme schon gedreht hat. Und warum das so ist, zeige ich euch auch gleich noch. Wenn ihr nämlich die Gebäude seht, dann werdet ihr es verstehen. Mission Impossible 5, der Gladiator und unzählige andere wurden hier gedreht. Und wenn man das so sieht, dann denkt man auch wirklich, es sieht auch direkt aus wie aus dem Film. Musik 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 Jetzt ist der Kamelrit schon wieder vorbei, zumindest für heute und ich hatte gar keine Chance, ihn einmal anzukündigen, dass es überhaupt losgeht, weil es so schnell dann ging und ich schon auf diesem Kamel drauf saß und unser Guide dann die Kamera in der Hand hatte, dass ich das gar nicht mehr machen konnte. Jetzt kann ich nur noch sagen, wie es denn eigentlich war. Also Kamelreiten ist cool, etwas wackelig natürlich, komische Bewegungen. Das dritte Kamel im Bunde hat auch ständig irgendwelche komischen Geräusche gemacht. Ich wusste nicht so ganz, ob das jetzt gut oder nicht. Und jetzt nach einer Stunde, anderthalb, habe ich glaube ich total die Ohrbeine. Die Oberschenkel sind ganz gut gedehnt jetzt. War aber auf jeden Fall ganz cool, auch wenn wir hier nicht so mittendrin sind in der Wüste, sondern eher so am Anfang der allerersten Dünen. Das ist glaube ich eine ganz coole Erfahrung und jetzt gibt es gleich noch was zu essen. Wie ihr seht, ist das Camp auch irgendwie ganz nett gemacht und ich bin gespannt, wie der Abend noch so wird und dann morgen vor allem der Sonnenaufgangsritt. Da gibt es dann auch nochmal ein paar Eindrücke für euch. Guten Morgen aus der Wüste, zumindest aus den Anfängen der Wüste. Hier sind ja die allerersten Dünen und bei denen gibt es natürlich auch einen wunderschönen Sonnenaufgang, den ich euch nicht vorenthalten will. Es gibt jetzt keinen zwei Stunden Zeitraffer, aber immerhin mal einen kurzen Ausschnitt für euch. Und was ich euch auf jeden Fall auch nochmal kurz zeigen möchte. Gestern Abend haben wir was ganz cooles erlebt und zwar waren wir zum Essen im Zelt und da war eine ganze Gruppe von Kolumbianern, eine Familie. Und um Mitternacht hatte einer von dem Geburtstag eine wirklich sehr lustige Familie und die haben dem Geburtstagskind eine Torte geschenkt und die wurde reingebracht von den Leuten, die hier arbeiten. Und dann wurde viel, viel getrommelt und viel, viel gesungen und irgendwie sowas wie getanzt. Also ich weiß nicht, ob man das, was ich ja gemacht habe, tanzen nennen kann, aber sowas bei Art haben wir gemacht. Und die Kamera war schon auf dem Zimmer leider, aber wir hatten immerhin das Handy dabei und konnten ein paar Sekunden, also wirklich nur ein paar Sekunden schlechtes Handymaterial, aber immerhin vom Trommeln mal aufnehmen. Und das wollte ich euch jetzt nochmal einblenden. Film ab! So, ich hoffe ihr konntet da ein bisschen was erkennen drauf auf dem Video. War auf jeden Fall super lustig gestern Abend und ging auch noch eine ganze Weile. Danach haben wir uns noch die Sterne angeschaut, die aus der Wüste heraus natürlich viel größer sind und viel, viel mehr. Vor allem man hat zum ersten Mal auch das Gefühl, das habe ich vorher tatsächlich noch nie gehabt, dass auch der Sternenhimmel irgendwie um einen herum fast wie gebogen ist. Das sah wirklich toll aus. Und dann haben wir im Prinzip Sternenschnuppen-Wettgucken gemacht mit den Kolumbianern. Das war total niedlich, weil die eine meinte, sie hat noch nie eine Sternenschnuppe gesehen und dann haben wir uns alle sehr gefreut, als sie dann endlich eine gesehen hatte. Das war wirklich total nett. Und was steht für heute an? Heute geht es, wird erst mal gleich gefrühstückt. Den ersten Kaffee gab es schon mal und dann geht es mit dem Kamel wieder zurück. Und dann geht es mit dem Kamel wieder zurück.